Im Fokus der öffentlichen Diskussion steht die kürzlich ausgestrahlte Talkshow von Frau Maischberger, die von vielen als die desaströseste Sendung des Jahres bezeichnet wird. In dieser Ausgabe wurde eine Vielzahl kontroverser Themen angesprochen, darunter das Fatshaming gegenüber dem verstorbenen Bundeskanzler Helmut Kohl und die Bezeichnung der AfD als Nazi-Partei durch Frau Maischberger. Diese und andere Punkte haben für Aufsehen gesorgt und werfen Fragen bezüglich der Neutralität und der Qualität der Debattenkultur in den Medien auf. Die Sendung thematisierte auch die Flüchtlingssituation in Deutschland und die öffentliche Meinung dazu, die von der Meinung eines Kabarettisten bis hin zu den Ansichten von Politikern reichte. Es wurde die Fähigkeit von Ländern diskutiert, ihre Grenzen zu kontrollieren und die Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit zur Bewältigung der globalen Migrationsströme betont. Die Kontroverse um die Talkshow weitet sich auch auf die Diskussion um das Asylrecht aus, mit Argumenten, die von der Notwendigkeit einer klaren Definition von Asylgründen bis hin zur Bedeutung der Bekämpfung von Fluchtursachen reichen. Zudem wurde die Rolle der Medien in der politischen Debatte und die Wichtigkeit einer unparteiischen Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien kritisiert. Die Diskussion über die AfD und die Frage ihrer Einstufung als Nazi-Partei hat ebenfalls für Diskussionen gesorgt, insbesondere im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit und die politischen Implikationen solcher Aussagen. Diese Kontroverse wirft ein Schlaglicht auf die Spannungen innerhalb der deutschen politischen Landschaft und die Herausforderungen, vor denen die Demokratie in Deutschland steht. Die Reaktionen auf die Sendung verdeutlichen die tiefen Gräben in der deutschen Gesellschaft bezüglich der Debattenkultur, der Medienneutralität und der politischen Polarisation. Sie zeigen, wie wichtig eine fundierte, ausgewogene und respektvolle Diskussion über die Zukunft des Landes ist.